Hey, wir sind hier im Studio von Karel Hönig Media und shooten heute für Red Bull Dance Connect. Wir sind alle hier die Crew, die für Red Bull Tutorials shooten, das heißt Tanz-Tutorials. Wir haben heute Breaking zum Beispiel, die letzten Tage Hip-Hop und machen da echt ganz coole Moves, die dann auf YouTube kommen. Also check out Red Bull Dance Connect! You guys are going to get to see how to intertwine it within your dance. ... ... ... Musik Musik